Wie tief denn noch? B7? Hä? Nein! Warum? Warum nur? Was hab ich getan... Wow, Lava. Was hab ich getan, um das zu verdienen? Ich glaub, du kannst mich auch gerne so gut hier wieder rausnehmen. Ich find den Weg nie wieder. Ich find den Weg nie wieder hierhin. Zu dieser verdammten Truhe. Was ist da im Loch? Nö. Ne, 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 ne. Kannst mich nicht. Nö? Ach, ich muss mich wahrscheinlich von der Hand raustragen lassen. Ne? Weil hier gibt's wahrscheinlich keinen anderen Weg. Hab' mir schon gedacht. Das heißt, die Hand bringe mich wieder nach ganz oben. Na gut, komm. Nimm mich mit. Pap. Ah, okay. Dann probieren wir jetzt einfach ein Loch nach dem anderen. Jön, der Huckschot und... Autsch. Und Guts. Jo. Guts, man. Ins Loch. Das wird ein Spaß. Hier, jetzt geht's... Hallo! Genug gefallen. Ähm, ja. Du bist zu doof, um dir einen Totenschädel zu holen. Mhm. So. Wo sind wir jetzt? Wir sind B3 und darum ist die Tür. Äh, den Loch, mein ich. Loch, ein Loch. Zu viele Löcher. Da muss ich nichts unter. Also, das wird so ein fröhliches, äh, Loch fallen hier die ganze Zeit. Also, einfach random irgendwelche Löcher fallen. Weil ich eh keine Ahnung habe, wo ich hier bin. Leck. Juhu. B7. Ich kann Licht ausmachen. Dup, 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 dup. Und runter. B8. Und ich bin wieder ganz unten. Jo. Dann warten wir mal auf die Hand, die uns wieder nach oben bringt. Also, aus dem Linken... ...kont man schon mal nirgendwo hin. Ich bringe mir einfach alle Löcher nacheinander aus. Und euch töte ich einfach auch jedes Mal, weil ihr mir vielleicht noch ein paar Herzen gelegt. Ja, oder ihr steht euch einfach so schön dahin, dass ihr euch gar nichts mehr macht. Ähm, so. Darüber. Und da rein. Und da hoch, 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 hoch. Aha. So, drei Herzen. Oh, Mann. Ach, gleich beginnt wieder der schöne... Dup, 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 dup. Nee, da kann ich nicht hin. Hm, okay. Ich nehme die Mitte. Die goldene Mitte. So. Und erstmal kein Safe-Set mehr. Ich gucke erstmal, wo ich hier lande. Wenn ich eh nur wieder ganz ans Ende lande, ohne irgendwo zwischendurch eine andere Abzeigung nehmen zu können. Neuladen und wieder nach oben. Weil das geht ein kleines bisschen schneller. So. Hier kann ich auch noch... Au. Verdammt. Das wird doch noch erwischt. Okay, da kann ich auch noch da lang. Hm. Ich sehe es schon. Jupp. Das wird wahrscheinlich auch nur ein Fail gewesen sein. Und ich falle einfach immer... Truhe! Warum? Okay, ich muss irgendwo oben rechts runter. Da ist eine Tür. Jupp, das war falsch. Also rechts. Ich muss irgendwo hier rechts runter. Könnte ich nach rechts und nach links. Aha. Geblockt. Hm. Könnte ich auch wieder nach rechts und nach links, ne? Ne, nur nach links. Schade. Okay, dann tippe ich mal von hier aus, komme ich auch nirgends. Obwohl, ich gehe wieder nach rechts. Und nach unten. Ich glaube, ich bin schon wieder viel zu weit weg von der Truhe. Habe schon gut vergessen, welchem... Der wäre jetzt noch, ja? Äh, welchem Stockwerk war die eigentlich nochmal? Jetzt bin ich hier schon wieder viel zu weit weg. Da! Au. B6. Okay, merken. B6 oben rechts oben. Wo ist die Truhe? Und in B7 ist ein... Au. Schmerz. Und in B7 war die Tür. Und hier ist auch nichts. Gut, dann bleibt mir noch der untere Weg. Werde hier von überall... Von überall mit Lasern. Unten. Von überall werde ich hier mit Lasern attackiert. Jetzt, ansonsten wäre ich da oben wahrscheinlich gelandet. Oder du wohnst auch weiter oben. Ja, mal rein. Yay, wir fallen immer tiefer. Das macht Spaß. Guck mal, Link muss sich mittlerweile schon mehrmals hier alle Knochen gebrochen haben. Bei jedem Sturz immer Knacks kaputt. Bei jedem Sturz, Knacks kaputt. So. Geil, direkt reingerutscht. Gut, dann probieren wir noch den da oben aus. Dann habe ich den linken Raum auch komplett abgeguckt. Bö. Geil. Bin direkt auf der Kante gelandet. Au. Äh, ja, bestimmt. Nö. Mir habe ich gerade gepennt. Ich war von dem Grafik-Ding-Bug dahinter an der Seite fasziniert. Der jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Nee, da ist nichts. Da ist auch nichts. Dann wieder runter. Da. Nein. Da war eine Truhe. Da war eine Truhe. Und ich konnte nicht dran. Verdammt. Ist ein Herz wieder? Ah. Schon. Nehme ich mir da nach oben mit Hand. Okay, in B7 und in B8. B7 links irgendwo. B8, äh, unten. Au. Äh, Herz. Au, ey, das ist auch unfair. Ja. Ich muss die. Danke. So, okay, du Kröter. Danke. Und nach rechts. Hm, okay, also zur Truhe unten links irgendwo, da komme ich nicht so einfach hin. Das heißt, jetzt geht es hier runter. Was habe ich hier für Auswahl? Da war ich schon, glaube ich. Also, hier. Kann ich auch noch weiter. Tja, dummer Kröter. Obwohl, habe ich das Loch nicht schon mal benutzt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Wow. Obwohl, Moment, war ich hier nicht schon mal? Stimmt, ich habe da den unterten Weg genommen, glaube ich. Und jetzt hier laufe ich rein. Hm. Lass mich in Ruhe. So, bitte bei der Truhe, bei der Truhe, bei der Truhe. Yes. Äh. Nur der Big Key. Falsche Truhe. Okay, ich muss irgendwo unten links da runter. Wow. Töte mich nicht. So, jetzt mal Herz wiederholen. Und warten. Okay, das war schon mal ein guter Fall. Ich habe den Big Key bekommen, aber ich brauche den Big Chest Key. Magie. So. Herzen. Nein, keine Magie. Ah, da. Herz. Jawohl. Gut, jetzt muss ich dann nochmal links runter. Äh, nicht links. Oben rechts. Und dann halt nach links runter. Weil da bin ich ja gerade eben ein bisschen an einer Truhe vorbeigeflogen. Ist ja doof. Ich weiss, da war der Big Chest Key drin. So, da. Hier war ich noch gar nicht. Stimmt ja. Ich spring einfach einen runter. Immer weiter. La, la, la. Immer weiter nach rechts. Weil im Endeffekt muss ich ja irgendwo da... Äh, nach rechts. Ja, schon nach links. Nö, das ist das falsche links. Das andere links. Aber ich glaube, ich bin gerade den falschen Weg gegangen, ne? Ja. Sieht falsch aus. Jupp, da war... Hier war ich schon mal. Na gut, dann... Au. Mann, oh. Ständig werde ich von diesen Viechern erwischt. Okay, dann hat man echt mal keine Chance mehr auszuweichen, verdammt. So. Nimm mich wieder mit. Und von euch will ich ganz viele Herzen. Am besten vier Stück. Das sind keine Herzen. Das sind auch keine Herzen. Verdammten Quallen hier. Ähm, du stehst mir im Weg. Du stehst mir so ein kleines bisschen im Weg, weißt du das? Du war ein Köter, du. Danke. Er war kurz davor, mich anzugreifen. Böser Köter. Aus. Chain Chomp. Glaub ich auch mal, du weißt. So, mal sehen. Ich bin das letzte Mal nach unten gegangen. Also gehe ich diesmal nach... Am Laser vorbei. Nach rechts. Und jetzt gehe ich hier nach... Mitte unten runter. Weil ich glaube, hier war ich noch nicht. Hm. Ja. Doch. Sieht mir bekannt aus. Ich glaube, hier war... Hahaha. Ich glaube, hier war ich auch schon. IEgein Ich glaube, hier war ich nur nennt, Pentium. Vielen Dank.